Titelverteidiger Red Bull München hat in den Halbfinals der deutschen Eishockey-Liga, Dell, einen Rückschlag hinnehmen müssen, die Adler Mannheim steuern dagegen dem ersten Finaleinzug seit 2015 entgegen. In Spiel 2 der Best-of-Seven-Serie gelang den Augsburger Pantern in letzter Minute das 4 zu 3 1 zu 1 1 zu 1 2 zu 1 Sieg dagegen München und damit der Ausgleich in der Serie. Mannheim ließ Gastgeber Köln beim 4 zu 1 1 zu 0 2 zu 0 1 zu 1 erneut keine Chance und braucht nur noch zwei Siege für das Endspiel. Inner 48 Stunden nach dem denkwürdigen ersten Marathon-Match über 101 Minuten, dem siegtlängsten Spiel der Dell-Geschichte, entwickelte sich in Augsburg erneut eine enge Partie. Mark Juex, 18. und John Mitchell, 22. 48, schossen München 2 zu 1 und 3 zu 2 in Führung, für Augsburg waren Matt Fraser, 17., Matt White, 22. und Riff Leblancs, 42. erfolgreich. Als alles auf eine erneute Verlängerung hindeutete, erlöste Leblancs die Augsburger, 26 Sekunden Vorschluss gelang dem US-Amerikaner in Überzahl des Siegter. Match-Winner der Mannheimer war Markus Eisen-Schmidt. Der deutsche Nationalspieler traf in einer Powerplay-Situation zum 1 zu 0, 9. und bereitete die Tore Nummer 2 und 3 durch Chad Kolarik, 23. und Andrew Desjade, 35., vor. Ben Hanowski, 46., ließ Köln noch einmal hoffen, die engagierte Schlussoffensive der Haie blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen traf auf der Gegenseite noch einmal Desjade, 56., Augsburger Panther, Red Bull München 4 zu 3, 1 zu 1, 1 zu 1, 2 zu 1, Tore, 1 zu 0, Fräser, 16. uhr 22, 1 zu 1, 2 X, 17. uhr 21, 1 zu 2, Mitchell, 21. uhr 41, 2 zu 2, White, 25, 01, 3 zu 2, Leblancs, 41, zu 45, 3 zu 3, Mitchell, 47, zu 33, 4 zu 3, Leblancs, 59, zu 34. Zuschauer, 6139. Strafminuten Augsburg 4 München 8 Playoffstand 1 zu 1, Kölner Haie, Adler Mannheim 1 zu 4, 0 zu 1, 0 zu 2, 1 zu 1, Tore, 0 zu 1, Eisenschmidt 8 Uhr 28, 0 zu 2, Kolarik 22, Uhr 37, 0 zu 3, Desjade, 34, zu 55, 1 zu 3, Hanowski, 45, zu 1, und 20, 1 zu 4, Desjade, 55, zu 23. Zuschauer, 14.087. Strafminuten, Köln 18 Mannheim 28 Playoffstand 0 zu 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017